Ich bin nicht frei, wenn ich wofür bin. Cian, komm mal! Wo ist dein Ivo? Bora! 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 Sehr gut, das war schon ein guter Meister. Sagen wir frei. Hey Jungs! Hallo Jungs! Gratulieren zu diesem Punkt, Jungs! Kämpferische Leistung war hervorragend. Wir haben am Schluss gesehen, dass die Kraft nicht mehr gelangt. Hätte sie gelangt, hätten wir die drei Bohnen mitgenommen. Aber es war eine super Leistung. Auf dem Rasen war es schwierig zu bespielen. 1-1, Kopf hoch, Jungs! Nächster Heimspiel mit drei. Drei Punkte holen, dann sind wir wieder da. Schöne Freude, Jungs!